Servus zusammen, ich bin der Christoph und wir schauen uns heute unseren neuen Fräsenträger BCS 185 an. Diesen Fräsenträger haben wir gemeinsam mit unseren chinesischen Kollegen komplett neu entwickelt und gebaut und zwar in unserem Werk in Tianjin. Man sieht, es ist ein sehr kompaktes Gerät, die Schlauchaufrollsysteme sind hintereinander positioniert, was das Gerät sehr schmal macht. Dazu kommt noch der modulare Aufbau, das heißt du kannst das Gerät sehr schnell auf- und abbauen und auch auf beengten Baustellen einsetzen. Wir sind mit dem BCS 185 zwar kompakt unterwegs, haben aber mit unserem effizienten Volvo Motor richtig Power unter der Haube. 585 Kilowatt und dabei voll integriert unser Energy Efficient Power Paket. Das ganze System ist optimiert für unsere bewährten Schlitzwandfräsen, eine BC 35 wie hier oder auch eine BC 48 und damit erreichst du Tiefen bis zu 90 Metern. Die Fräse weist auch ein paar typische Bauer Features auf. So kannst du die Fräse drehen und in jeder Position nutzen und unser Crowd Automatic Maximum Torque Assistant sorgt dafür, dass du die volle Power der Fräse auch in schwierigen Böden optimal nutzen kannst. Stell uns gerne deine Fragen zum BCS 185 in die Kommentare.